So Leute, herzlich willkommen zurück zu Link's Awakening. Wir sind hier auf der Insel, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Und irgendjemand sorgt dafür, dass ich mich verlaufe. Oh, guckt mal, was ist denn hier los? Ich bin durch Zurückgehen an einen völlig anderen Ort gekommen. Ich wollte gerade gucken, hä, wenn er sagt, ich werde mich verlaufen, dann bin ich jetzt... Okay, vielleicht war das jetzt das Rätselösung. Ich wollte wissen, wenn er sagt, ich werde mich verlaufen, dann passiert er, wenn ich dann direkt wieder zurückgehe. Ah, vielleicht war das jetzt schon sehr, sehr sinnvoll. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hm, angeblich waren wir hier aber schon mal. Ähm, ja, waren wir auch. Okay, war doch nicht so hilfreich, auch schade. Oder sind die jetzt an, ist hier jetzt ein... Ist hier jetzt ein anderes Ding? Kann ja mal schnell gucken gehen, oder? Kann ich die Dinger hier vielleicht nicht irgendwie... Nee, da ist wohl nix zu machen, außerdem ist das auch nur ein Herzteil. Aua. Ich muss einfach das Schild öfter gedrückt halten. Ich glaube, das ist schon... sehr hilfreich. So, jetzt habe ich wieder die... die Macht... So, ich will jetzt aber nicht alle Büsche abmähen, sondern ich will lieber mal was finden. Ich komme halt mit nur echt irgendwie nicht mehr zu diesem Waschbären zurück. Ist jetzt auch irgendwas Besonderes mit diesem Baum hier? Aber ich habe ja sonst eigentlich auch noch nichts, was ich machen könnte. Irgendwelche Items, oder... Aber irgendwie ein versteckter Eingang unterm Gras, oder sowas? Wies her hat es dann nachher auch noch nicht ausgesehen. Ja, ist eigentlich Unsinn. Boah, dieser Effekt ist aber ziemlich cool. Okay, hier geht es echt nicht lang. Ich komme hier halt echt nirgendwo lang. Muss ich mir vielleicht erst mal irgendwo anders hier so Handschuhe besorgen, oder sowas? Hier ist auch zu, und hier ist Sackgasse. Oder gibt es bei den Püpen hier irgendwas? Ja, die will einen Pilz haben. Dann machst du mir einen Trank. Und ich mit dem Ratte? Ey, Ratte, ich will mit dir reden. Oder blaues Häschen. Nee, hat einen langen Schwanz. Ich glaube, Häschen haben nicht so lange Schwänze. Hm. Dann nehme ich auch den Sora hier. Das ist doch bestimmt wieder so ein Sora, oder? Okay, an den komme ich nicht ran. Ups. Ich muss dringend... ...mein Leben wieder aufröschen. Ich glaube, der Effekt ist wieder vorbeigegangen. Schade, der war ziemlich praktisch. Vor allem gegen dieses Lime-Zieger. Hm, also irgendwie... Hier sind halt überall diese Steine. Ich komme hier andern zur Verbesserung, dann wird die Musik so anders. Du, 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 du. Ich bin dann wieder zurück. Jetzt würde ich gern zurück, außer aus dem Wald. Huch. Der ist aber gerade ganz komisch gelaufen. Er ist ohne mein Zutun einfach nach unten gelaufen. Link, bist du bekloppt? Hm, ich glaube, dann war das hier unten lang, oder? Ja, genau. Und dann hier raus. Dann bin ich wieder ganz am Anfang. Hm, der ist aber Mist. Jetzt müssen wir uns hier mal irgendwie erkundigen, wie man hier... Kannst du mir mal helfen? Ja, okay, die hat nix Neues. Oder soll uns dieser Waschbär irgendwie helfen? Ja, was sollen wir mit dem Waschbär machen? Was könnte... Was könnte der von uns wollen? So, hier ging's auch nicht lang. Oder sollen wir dem Typen hier seinen... Seinen Josch... Man! Können wir dem Typen hier seine... Seine Joschi-Puppe bringen? Jetzt natürlich einige Sachen, die man dann ausprobieren könnte, nur... Ich glaube, das sind alles eher so Side-Quest-Sachen... Jedenfalls, die man sich nicht angehört hat. Ja, ich spüre die Macht. Die Macht ist stark in mir. Gerade. Ah, hier war ich aber noch nicht dran, oder? Wer bist du denn? Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Okay. Nebenbei sammle ich... Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames Hobby. Stimmt. Aber mein Bruder sammelt... Alte Zahnbürsten. Das sieht wohl... An den Genen. Gibt es hier vielleicht auch mal irgendwelche Sinn? Gibt es hier vielleicht auch mal irgendwelche sinnvollen Typen? Die nicht nur irgendeinen Quatsch erzählen? Und das hier ist ja ein Bett in einem Teich, oder was? Hm. Ist das ein Affe, oder was? Oua. Ah, und der bringt einem Geld, wie es aussieht. Und hier liegen überall keimende Kokosnüsse rum. Und hier ist eine Kiste, an die ich nicht ankomme, weil also ein Stein davor steht. Hm. Aber hier nach rechts sind wir tatsächlich überall mit Steinen begrenzt. Aua. Henna. Oh nein, so eine Krabbe. Okay, der hat auch nichts gebracht. Und hier braucht es Bomben, oder was? Ja. Das kann man auch nicht lang. Oh, oh. Ich finde das kaputt. Ich glaube, wir müssen irgendwie was mit diesem Waschbären machen. Ich weiß noch, in der ersten Zelda war es dann ja auch häufig so, dass man einfach... dass man einfach stundenlang rumgerannt ist und irgendwas gesucht hat. Zum Beispiel irgendwie den nächsten Tempel. Man hat ihn zum Verrecken nicht gefunden. Aber es hat dann irgendwie auch ein bisschen den Reiz des Schlups ausgemacht. Ich brauche mal wieder ein bisschen Gesundheit. Aber ich meine, das Ganze ist natürlich wieder ein Blind-Let's-Play. Habe ich in den ersten beiden Tats natürlich noch gar nichts gesagt. Irgendwie fällt mir gerade mal auf. Deswegen renne ich hier natürlich auch wieder so komplett planlos rum. Und ich gehe mal in das Haus hier. Damit ich gleich beim Sterben nicht wieder irgendwo lande. Genau, es ist ein Blind-Let's-Play und deswegen wieder dasselbe wie in Majoas Mask. Ich werde nicht irgendwo in eine Lösung gucken oder so. Wenn ich gar nicht weiterkomme, werde ich vielleicht mal ohne euch suchen wieder. Oder irgendwas ohne euch machen und dann wieder anmachen, wenn ich es dann endlich gefunden habe oder so. Aber, ähm... Genau, Tipps könnt ihr mir natürlich auch wieder geben, aber... Erstmal versuche ich es hier jetzt so. Und das wird natürlich auch wieder seine Zeit kosten, das ist ja klar. Aber das macht alles keinen Sinn hier. Ich glaube, wir müssen in den Wald. Vielleicht kann uns dieser Waschbär irgendwie... Vielleicht sollten wir was angeln oder so? Hier konnte man doch irgendwo angeln. Wo konnte man hier nochmal was angeln? Vielleicht will der Waschbär ja einen Tisch haben. Und dann ist er nett zu uns. Ich habe nur das Herz verschwendet. Äh, ich habe nur vergessen, wo hier der Ankeltyp war. Habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich dann wieder beim Schneiden gucken kann. Hier, dieser Typ. Waschbär ist, ist das sensibel, was Staub betrifft. Waschbär ist, wie war's? Ich habe mich in Ruhe. Hm. So, aber wartet mal. Ich bin ja jetzt irgendwie im Wald, ohne dass ich dieses Verlaufen aktiviert habe, oder? Ich meine, mir hat niemand gesagt, ich werde machen, dass du dich verläufst. Aber der Waschbär ist halt wieder weg. Hm. Das geht dann natürlich mal wieder perfekt los, wenn ich erstmal einige Parts lang komplett erfolglos hier durch den Wald stapfe. Wo war denn nochmal dieser Angeltyp gewesen? Ah, Moment, der war hier nördlich von hier gewesen, oder? Ja. Ja komm, dann machen wir das mal, oder? Möchtest du eine Runde angeln? Das sind nicht nur 10 Rubine. Ja, komm. Fein, mit dem Dings und den Knöpfen kannst du bestimmen, wo die Schnur im Wasser landen soll. Mit A und B kannst du die Schnur dann im Wasser bewegen. Hat endlich ein Tisch angebissen, holst du ihn raus, indem du nur schnell die Knöpfe drückst. Die Schnur ist gerissen. Noch ein Versuch. Erwarte mal, was muss ich denn machen? Ich sollte doch schnell die Knöpfe drücken. Dann klopp mal raus hier. Und jetzt ziehen, oder was? Du kannst ganz schnell die Knöpfe drücken. Ah, das ist aber ein kleiner. Für den bekommst du nur 5 Rubine. Willst du nochmal? Näh, ist ja blöd. Das ist so schade. Angeln macht so großem Spaß. Na, das war jetzt eher nicht so spaßig. Mist, ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht einen Fisch fangen und dem... ...dann dem Waschbär andrehen oder so. So, hier war nur die Tussi mit ihren Hunden. Verdammt! Hier oben, da war doch noch diese Geschichte mit dem Kleinen... ...aber das kann es eigentlich auch nicht sein, wenn ich nicht ehrlich bin. Hier, da lacht doch die Mutter. Sie sehen alle gleich aus, blablabla. Mein Sohn fragt zur Zeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich sah eine in der Spielhalle. Ja, vielleicht spiele ich ja wieder ein Herzteil oder sowas, aber... ...dass mir das irgendwie in den Wäldern weiterhilft, das bezweifle ich doch stark. Also hier finde ich den Schlüssel. Nur... ...ich komme hier nirgendwo weiter, weil mir Handschuhe fehlen oder weil ich mich verlaufe. Dass ich hier irgendwo mir erstmal Handschuhe hole, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da kannst du uns irgendwie helfen oder so, oder sagen, was du willst. Lach, was du willst, wenn ich werde es dir bringen. Ich werde dich verlaufen, ich werde dafür sorgen, dass es sich verläuft. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe, dass ich wieder zu diesem Waschbären komme. Irgendwas mit diesem Verlaufen wird es sein. Vielleicht komme ich mit irgendeinem Trick an einen besonderen Ort, wo ich noch nicht war. Okay, jetzt bin ich hier, aber... ...und hier ist einmal eine Quelle mit hier und einmal irgendwie ohne. Das ist ganz seltsam. Vielleicht schaue ich mir das Ganze einfach auch noch mal beim Schneiden an. Frage ist halt nur... Hm. Ich meine, in einer ganz bestimmten Reihenfolge irgendwo langlaufen ist, glaube ich... Hm. Hier bin ich auf jeden Fall auf dem Wald wieder draußen. Und der Typ hat ja auch gesagt, ich finde den Schlüssel im Wald. Ich bin hier auch so ganz blöd und habe wieder irgendeinen besonderen Gang übersehen, aber... Hier irgendwo irgendwo lang balancieren? Nee, 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 das geht nicht. Ich will da rüber! Ich weiß, der Part ist schon wieder vorbei. Ich bin aber auch gerade echt am überlegen, wie ich das Ganze hier anstellen könnte. Hier komme ich ja wieder raus. Nee, 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 natürlich nicht. Genau, diese Stelle hier ist irgendwie komisch, weil hier kommt man irgendwie aus zwei Richtungen hin. Und hier ist der Waschbärweg. Genau dieselbe Stelle, nur dass er hier nicht mehr da ist. Wenn ich jetzt wieder zu ihm hin will, dann muss ich doch eigentlich nur wieder hier alles zurücklaufen. Dann wieder hier runter. Wieder hier hin. Und wieder hier rauf. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, dann werde ich mich verlaufen. Dann komme ich irgendwie wieder an den Ort. Und wenn ich jetzt zum Waschbär will, dann muss ich doch eigentlich hier runter und dann hier und dann wieder hier rauf. Gut, dann bin ich wieder beim Waschbär, aber das hilft mir nichts. Oder sagt er jetzt was anderes? Nee, sagt er nicht. Leute, das ist komisch. Wir stehen vor unserem ersten ernsthaften Problem. Ich bin jetzt seit zwei Parts am Rumsuchen und finde es nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, ich beende den Part, aber jetzt ist ja mal wieder ein Liedchen überzogen hier. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und da muss ich mal beim Schneiden vielleicht mal irgendwie nochmal drüber nachdenken. Oder ihr habt einen kleinen Tipp für mich. Wobei ich erstmal natürlich was Sorry angeht wieder irgendwie mit Tipps spärlich versorgt werden möchte. Wobei ich weiß gar nicht wie viele von euch überhaupt Link's Awakening mal gespielt haben. Am Ende sitze ich hier ganz alleine und alle haben ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Hm, naja, das sehen wir dann. So schnell gebe ich natürlich jetzt hier nicht auf und werde mir irgendwie irgendwas angucken oder so. Das werden wir schon noch rauskriegen. Das war auf jeden Fall im nächsten Part. Da seid ihr dann hoffentlich wieder dabei. Bis dahin, tschüss. Bis dann. Bis dann.